Auf jeden Fall gefangen, das verstehe ich. Wie sind die da reinge... Ich würde es nicht wissen. Nö, nö. Oh, was ist da hinten? Aha. Merken. Ganz entspannt. Neko-Korb. Sie waren früher für die Abfallwirtschaft zuständig. Als der Müll aus der oberen Ebene die Slums überflutete, versuchten sie ein Bakterium zu entwickeln, das alles auflöst. Nachdem die Menschen verschwunden waren, mutierte das Bakterium. Sie wuchsen und fraßen weit mehr als nur Müll. Und jetzt haben wir Zorx. Oh. Los geht's. Okay. Schild. Stier. Okay. Wir müssen uns beeilen. Okay. Warum? Ich mag das nicht. Ähm, hallo? So. Ähm, achso. Äh, tschi bätsch. Achso, das haben wir jetzt schon. Okay, das ist uns sicher. Ein Speicherpunkt war es selbstverständlich nicht. Alter, wie aggressiv die sind. Ähm, tschi. Ähm, tschi. Puh, Glück gehabt. Puh, was die für Geräusche machen. Äh, tschi. Achso. Puh, okay. Puh, okay. Peter, leck mich doch am Ärmel. Uff. Puh, okay. Puh, okay. Puh, okay.